Gerade darauf will ich ja hinaus. Das Annormale des Falles gibt doch zu denken, ob hier nicht der Paragraf 51 zur Anwendung kommen kann. Der Tippfehler, die Kunstgegenstände. Hohes Gericht, ich beantrage zunächst ein psychiatrisches Gutachten. Verminderte Zurechnungsfähigkeit. Ach, Herr Anwalt, bitte nicht auch das noch. Ich weiß, ich bin nicht der Intelligenteste. Aber dann sagen Sie mir doch im Himmelswillen, woher Sie Dubronskis Papiere haben. Ja, das war so ein großer Schwarzer. Und wie sind Sie an den gekommen? Durch Uschi. Und wer ist Uschi? Ach, Herr Anwalt, ist kein Verkehr für uns. Aber wie sind Sie denn in diese Kreise gekommen? Durch meine Frau. Das heißt eigentlich durch die Zeitung. Und Herrn Nasenlui. Hm. Tja, also wenn wir das nicht durchkriegen. Meinen Sie? Den Paragrafen 51. 51. Die Zeitung ist perfekt.